Wir bei CVD and Praiseland sind begeistert von Jesus Christus. Wir können nicht anders, als von unserem Glauben zu berichten. Und dafür werden wir in Zukunft Videos auf YouTube hochladen. Ich präsentiere euch Praiseland Deep Talk. Es wird drei verschiedene Kategorien an Videos geben. Das erste sind unsere Testimonials. In diesen Videos werden einzelne Leute aus unserer Community erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Ich habe sie erlebt. Die beste Woche meines Sommers. Auch oder gerade weil Gott mit dabei ist. Dann wird es die Devotions geben. Hier bekommst du kurze Glaubensimpulse, die dir helfen, dein Glauben im Alltag zu leben. Und schließlich gibt es noch die Basics. In diesen Videos werden prägnante Glaubensinhalte behandelt, die dir dabei helfen, Jesus nachzufolgen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um diese Videos zu produzieren. Weil für uns ist es das Allerwichtigste, von Jesus zu berichten und von dem, was er getan hat. Am besten ist es, du abonnierst unseren YouTube-Kanal und aktivierst die Glocke. Und du folgst uns auf Instagram und Facebook. Ich freue mich schon auf die Videos. Ich freue mich schon auf die Videos.